So, wir sind hier in unserem super Domizio, dem Casino, aber das finde ich nicht schön, also lass uns rausgehen. Also, wir müssen sowieso mal gucken, was wir eigentlich zu tun haben. Äh, gleich mal gucken. Kein Bargeld, super. Ähm, Amokfahrt, das klingt gut. Was machst du denn? Ziehst du dich vielleicht mal was an? Dich vor allem. Ziehst du dich mal was an? Du hast dir mal was an. Das geht gar nicht. So gehe ich dir nicht auf die Strahle. Leute, du hast ein Bart. Oh, was du, Bart. Da war ich so ein übelten Lecky-Mail-Beard hier. Ich glaube, ich habe ja andere Granaten, stimmt. Tralalalalala, tralalala, 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 wird fertig, wird fertig. So, hab was angezogen. Ah, toll. Siehst super aus. Super, super, Schatz. So, nochmal. Amokfahrt, ziehen wir an. Begebt dich zum Start der Aktivität. Okay. Oh, es ist hell. Voll geflasht. Ah, ah. Ah, da können wir auch hinlaufen. Da brauchen wir keine Autos. Okay, das ist ein Autos. Leu. Können wir das metaphorisch machen? Nein. Ich muss erst, ich muss erst fünf Sekunden zum Auto laufen. Warte kurz. Äh, weißt nicht. Toll, jetzt ist meine Türmarsch wegen dir. Wien deinem kacke Auto. Ich liebe es einfach, irgendwie rauszuspringen. Oh, was ist das denn geiles? Ramle Leute und Autos, um die Autos Zeit zu erhalten. Wäre du das Ziel, wir sind gar nicht... Alter, wieder, wieder. Leute, wir brennen. Was haben wir gemacht? Alter, geile Scheiße. Hä? Was sollen wir tun? What? Ich verstehe gar nichts mehr, Alter. Hä? Eins von sechs. Ich verstehe nicht, was wir machen sollen. Ach, Checkpoints abfahren. Ach so. Oh, fuck. Fahr zu. Ich will den Os geben. Alter, komm, wir brauchen Sekunden hier. Stirb. Alter, scheiße. Ich habe das auch nicht gekriegt. Wir brauchen unbedingt Bonus. Na, das geht. Ja, ich fahre doch. Ich brauche mal Bonus-Sekunden, sonst kommen wir nicht voran. Wir brauchen aber die Sekunden, Mann. Zusätzlich. Bam. Warum machst du alles kaputt? Weil wir das müssen, um Bonus-Sekunden zu kriegen, du Honk. Sonst schaffen wir das zeitlich nicht. Außer macht Spaß, Leute so umzubringen. Juhu. Whee. Oh. Passiert. Also, die Lass-Eine-Knut schaffen ja das auch nicht. Entschuldigung, ich fand die so süß. Bam. Zehn, zwei, zwei. Ach, das schaffen wir doch, ja. Pass mal auf, hier. Ist gleich da. So, du? Ja, wir haben es geschafft. Mir gefällt das, Quartier, wenn alle anderen Autos zerstört werden. So, und was haben wir dafür bekommen? 2000 wahrscheinlich. 2200. Ohne Desrespekt. Oh, ich will wieder da, wo solche Dummy-Puppen sind. Das war geil. Hä? No, hier liegt eine Oma. Stirb, Oma. Stirb, Oma. Oh, scheiße. Ich hätte nicht die Oma schlagen dürfen. Oh. Die Bullen. Och. Und du brichst wieder irgendwelche Leute um. Nein, ich passe da nicht drauf. Ich will nicht mit der West-Bach fahren. Ich will nicht ein richtiges Auto. Oh mein Gott, hier ist Panik. Ah. Ah, es geht alles kaputt. Die Welt geht in den Bach runter. Ich kann nicht. Ich passe da nicht drauf. Sag ich doch, passt da nicht drauf, Mann. Und wenn, dann sitzt du auf mir und ich andersrum, Freundchen. Oh, voll der Metal auf dem Hintergrund bei der Bullen. Oh, Loh. Fahr mich doch nicht um, Mann. Gib mir mal irgendwo ein Auto. Hör auf, hier rumzufahren. Au. Au. Lass das. So, ich nehme jetzt einfach die Scheiße hier. Komm. Ach, perfekt. Auch gleich drauf reagiert. Wunderbar. Los, weg hier. Weg hier, Mama. Loh, wir sind es davon. Ach so, das war das mit dem Brennen. Loh, was ist denn das? Oh, haben wir schon einen Platten oder was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Wir steigen ein Sekunde im Auto. Eine Sekunde sind wir drin. Und dann sind wir alles wieder kaputt. Ich glaube, das hat mir zerschauten. Ja, das ist möglich. Trotzdem, warum kriegen wir immer die kaputten? Ups. Ja. Sind wir die eigentlich losgeworden? Ja, die sind wir losgeworden. Oh. Doch nicht. Ja, da ist die Straßenbörse. Sind wir die losgeworden? Ja, Entschuldigung, ich habe die nicht gesehen. Die waren da nur vor mir direkt vor mir. Oh, hier ist ein Unterschlupf. Lass den Unterschlupf gehen. Vielleicht fressen sie auf. Ich weiß, da fahre ich doch gerade hin. Das ist das scheiß Casino. Los, rein da. Ops. Aber warum muss ich... Oh. Jawohl. Genau, als du willst aussteigen. Aber genau, als du aussteigen wolltest. Oh. Los, rein, rein, rein. Ah. Geh auf. Okay. Weg hier, weg hier. Das ist unser Domizil, gell? Ja. Das geht uns. So, lass mal eine Runde zocken. Ach, ist alles kaputt. Super. Wir kriegen immer die besten Domizile. Da weißt du, überall wo was kaputt ist. Kann man das irgendwie aufbauen? Piu. Ja, wir können jetzt eine Weile warten hier. Oh. Hä? Lol. Was ist das gemacht, Alter? So, ich habe doch 23 Sekunden Zeit, das Video zu übernehmen, oder? Ich lasse es halt. Hm. Na, wie geht's denn so? Hä? Mach's besser. Piu. Na ja, ich gehe dann mal raus, ne? Hallo, wir haben die... Ja, was denn? Soll ich mich mit mir drauflegen? So, na dann raus hier. Jetzt, wo die Bullen eh weg sind. Am Marsch. Ähm, was machen wir als nächstes? Aufträge. Auge des Tigers. Das Nuttenboot. Das ist, was wir dem Nuttenboot machen. Das klingt gut. Aber erst mal ein Auto schnappen. Ja, Nutten. Nutten. Oh nein. Nein. Mmh. Mmh. Und wir sehen uns direkt. Ich weiß, warum wir uns nicht mehr machen. Hahaha. 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 Wir sind auch gerade so draufgesprungen. Hahaha. Ist das bei dir auch so gewesen? Alter, wie geil war das denn, bitte? Einmal voll draufgeopst. Warum fährst du immer durch die Zäune, Mann? Fahr doch mal auf der Straße. Alter. Aber es sah super schlecht der Kunde her aus. Das Ding hört sich an wie ein Panzer. Ich dachte doch, das ist nicht das Motorrad. Oh, gibt's ein Waffenland zum Kaufen. Hahaha. Das sah aus. Das ist halt... Noll. Au. Toll, du lockst schon wieder voll die Bullen an. Hör mal auf damit. So. Wieder ein Laden für mich. 500 pro Stunde. Ja, pack das halt direkt vor der Tür. Passt. Ah, ich passe da nicht mehr rein. Okay. So, Waffen kaufen. Oder verbessern. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 4.000. Na ja, erst mal aufrüsten hier. Voll. Da kann was ran. Da ist voll. Da kann was ran. 20.000 habe ich. Ach, mal gucken, was meine Geschäfte so machen. Bestimmt kriege ich überhaupt nichts wieder. Wie immer. Ne. Alter. Wieso kriege ich auch nur 10.000 stündliche Einnahmen? Gefällt mir gar nicht viel zu wenig. Wenn ich jetzt Leute anremmen will, kriege ich Geld. Ja, ich auch. Aber wie, klappt das nicht? Ich habe es auch schon mal probiert gehabt. Und lass mal ein richtiges Auto nehmen. Das geht mir auf den Sack, das scheiß Motorrad. Halt mal stehen. Ich nehme hier den dicken Steer. Das ist toll. Na, komm mal her. Raus mit dir. Mein Auto. Das stört die Bullen überhaupt nicht. Das finde ich immer wieder geil. Fährst du mit oder fährst selbst hinter? Na ja, egal. Fahr ich halt alleine. Puh. Das muss nicht. Ich habe noch meine Fähigkeiten verbessert. Achso. Na ja, fahr einfach dahinter, ne? Warte mal. Hier ist noch ein Reparaturgeschäft. Wie kostet das? Oh, die Bullen. Na, Herzer, du liebst. Was machst du denn? Ich versuch mal das Haus hier zu kaufen, was hier noch vorne ist. Je mehr ich... Ham, 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 ham. Ja. Rimjobs. Höher 5.000. Scheiße, kann ich mir nicht leisten. Kriegst du ja nicht endlich mal Geld, ey? Was ist denn das für ein Scheiß? Mann, stündliche Einnahmen. Kann das nicht minütlich heißen? Ich brauch das eher minütlich. Oh, was denn? Du Idiot. Was denn? Du hast bestimmt einen Bullen umgeschubst. Nein, ich habe eine Oma geschubst. Das ist wahrscheinlich besser, aber... Moment mal. Ich habe jemanden da geschossen. Du bestand den Weg, die Alte. Die musste weg. Die musste der Jugend weichen. Tut mir leid. Die musste halt dahin sehen, dass ich mehr lange habe. Du musst einen Altersheimplatz haben, sei ehrlich. Hä? Du wolltest nur später einen Altersheimplatz haben, sei ehrlich. Naja, sicher. Irgendwie muss ich mir das da sichern. Ach, bist schon da. Weißt du, wenn die noch leben, würde ich kein... Oh. Das nehme ich mal ein Boot. Äh, Schiff. So, Schiff. Oh, das ist wilder Penner. Oh, das ist wilder Penner. Voll, ich bin ein Weib. Oh, ich bin ein Weib. Oh, ich bin ein Weib. Alter, tu die dich echt in so die Container rein, der Hammer hat. Voll, ich bin ein Weib. So, ich bin ein Weib. Alter, wie tof der ist. Das Schiff ist ganz schön weit weg. Äh, oh Mann. Oh, geil. Jet-Ski. Okay. Huuu. Ich bin zuerst da. Hör auf zu ballern, Mann. Fick dich. Ah, ha, 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 ha. Nope. Siehst du was davon? Ja, das hab ich gesehen. Oh, verdammt. Ich aber auch. Scheiße. Willst du auch da hochfahren, hä? Ey, das klappt tatsächlich. Wenn ich hier so, dann so... Okay, passt nicht. Aufsteigen. Leute, ich bin auf dem Schiff gelandet. Herrlich. Los, nimm meine Waffe, Mann. Ah. Wie kann man die überhaupt befreien? Ah, ah, okay. Jetzt können wir sie befreien. Och, gib mir mein Waffe. Huuu. 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 Was hast du denn gemacht, Alter? Durchsuchen die Notenkist. Na, das klingt ja super. Da ist keine Noten drin. Was denn? Ich hab die eine von hinten umgesprungen, Sepp, gell? Ja. Hab ihr Fails voll auf dem Boden? Äh, gezogen. Und dann legt sie sich daneben und grinst so blöd und post übel. Du willst geil, Alter. Juhu, Jackpot! Ich hab eine gefunden. Am actually free? Ja, das wirst du. Wow! Fetty! Fetty! Hilf nur mal mit dem Fetty hier! Was macht denn der Fetty im Karton? Äh, keine Karton. Im... Im... Im Dingser. Ah, pass auf, ich bin auch noch hier. Ich bin fast tot, Mann. Wo ist hier ein Fetty? Ja, der liegt da. Der Fetty Bumbum ist weg. Der Fetty Bumbum ist weg. Ach, da oben. Auf zu schießen, du Drecksau. Geht zurück in Aktion. Geht zurück in Aktion. Geht's euch! Warum werde ich hier mal angeschossen? Warum ziehe ich die Fettys an? Ich versteh's nicht. Oh, wow. Oh, okay. Ich mach trotzdem alle auf. Vielleicht gibt's irgendwo Geld. Ich suche die Notenkisten. Ah, ich mag das Wort Notenkisten irgendwie. Klingt wirklich cool. Hä? Was denn? Was denn da? Was denn da? Oh, Fetty! Fetty Bumbum! Ja, ich seh ihn. Der ist direkt vor mir. Bumbum! Sorry. Bloi, was ist mit dem da? Oh, Mann. Ich wollte ihn umbringen, Mann. Ich hatte den geilen Knüppel hier. Minigun? Ah, hör mal auf. Ich bin auch hier. Da sind wieder welche drin. Ja, Checkpot. Zwei Kisten geöffnet. Ne, drei schon. Oh. Okay, ich hab's auch gefunden. Glaub ich. Wenden, da ist nichts drin. Nein. Fuck, Alter. Oh, da liegt eine Waffe drin. Wie viele verdammte Kräte sind da? Oh, Sepp! Das ist eine frische Tür. Na dann, du mal, Freundin. Aber brauchst du doch nicht. Du hast doch mich. Da sind sie ja. Da sind sie ja. In die Kräte. Ich bin so lange da drin. Ich bin so lange da drin. Ich bin so lange da drin. Da bist fünf Sekunden da drin oder so. Danach sind wir gekommen. Nein, ich hab mit dem Bauchgletscher auf den Boden gemacht. Geil. Oh, halt die Fresse. Es ist die Waffe drin. Ich bin so nah, bis das Wasser weg ist. Oh! Oh, Hufschrauber! Oh, oh, Hubschrauber. Wo? Ne, Jet Skis. Ne, Boote. Oh. Ich bin durch den Upschrauber, ich mach die Boote. Ich glaub irgendwas läuft ja falsch, da beide Waffen bei uns da. Nice. Da kommt noch einer. Oh. Oh, ich bin aufgestiegen. Ne, der andere ist aufgestiegen. Aua. Ups, so, ich stell mich mal hier oben hin. Komm ich besser ran. Alter, mit dem Minigun geht das ziemlich geil. Bam. Bam. So, da hinten sind noch irgendwo. Ah. Boah. Ja, die sind schlecht, ne? Oh, doch, hab ich drauf. Okay, jetzt ist mein Dings wieder leer. Ja. Das heißt, wir haben nur noch den einen Hubschrauber vorne. Den müsstest du immer noch blätten. Mein Minigun ist leer. Aber ich hab noch das... Obwohl meine Sniper machte auch schon ganz gut Schaden. So ist es down. Tchuuu. So, das passt doch schon. Ach, wollte einfach. Leute, kann man eigentlich den Mast hier hoch? Ah, leider nicht. Schade. Äh, so wie sich die Musik bildet sind wir noch nicht fertig. Warte auf den Hubschrauber. Ja, ich glaub's auch nicht. Leute, beweg sich bei mir voll komisch. Hast du den Download wirklich gestoppt? In Steam? Schau mal nach, ob du das noch offen hast. Guck mal fix nach. Weil, äh, irgendwie beweg sich bei mir voll Deggy. Ne, der ist bei mir. Angehalten. Und jetzt aber noch wird mit derかった Sini. oddly ist auch mal die Mission tape. Often wiederholfen immer das auf. Leりました Ma Euro. Okay. Ich höre. as